Willkommen zu Lost Dark mit einem neuen Charakter. Wir werden dort auch alle Dungeons machen. So, auf Schwierig fangen wir an mit Gift-Clown-Höhle. Das ist der erste Dungeon in dem Spiel. Und ein bisschen Abwechslung in das ganze reinbringen. Wir kennen den Dungeon ja schon. Also war echt Ewigkeiten her als ich ihn gemacht habe, aber die ersten Lunches sind jetzt nicht gerade eine große Herausforderung. Ups. Gift-Taschen müssen wir zerstören, dann erstmal alles. Oh. 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 Besser? Ja. Äh, hier sind die Gift-Taschen aber alle tot, oder? Ja. Okay, es wird mir nur noch angezeigt. Aber. Gehen wir mal zu den nächsten hin. So. Ups. Das war in die falsche Richtung. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig so mit den Richtungen mit ihm. Das ist ein bisschen anders, wie bei Solve ist, aber da kommen wir schnell rein. Dann sammeln wir mal die ganzen Gegner zusammen. Pott mal lieber. Ja. Jetzt schon. Das wird sehr, sehr wehtun. Das ganze. Oh, ich habe es übertrieben, glaube ich. Gut. Jahr. Ja. Ja, ich habe einen Sinn gekriegt. besser diese pop-ups hallo gegner ich weiß nicht warum ich da zu fremdrops habe also warum oder diese lex er ist ein nervig geschafft siege ugo ich hoffe du hast gute neuigkeiten für mich dir zuliebe das ist also der schlüssel und das geheimnis der arche freizulegen der rest ist in dieser kathedrale vielleicht ist es an der zeit für meine eigene pilgerreise hallo ugo hey diese lex die sind schon krass weiß nicht warum ich die habt ihr habe ich sonst nicht ich löse das einfach mit brachialer gewalt und lex er serviert der gegner oh ich weiß zwar nicht für was ich das bekommen habe aber sowas ist mitten im kampf eher nervig heute gibt es so viele tafel jäger du bist zu spät die dämonen haben bereits zugegriffen das hat man war ein bisschen seltsam aber gut wir haben es geschafft das war der erste dungeon und da werden noch viel weitere folgen wir sehen uns beim nächsten mal hoffentlich dann noch und da werden wir sehen uns beim nächsten mal